Anfang oder Ende? Jetzt wollt ihr wissen, wie es zu dem schönen Smoothie kommt, den ich da in der Sonne genieße. Also, ich habe heute mitgebracht den Power-Smoothie, der einzige rechtsdrehende, den Kumumix und den Omniblend. Das sind ja drei Geräte, die sind etwas preisgünstiger als unsere großen Hochleistungsmixer. Und wir wollen mal schauen, ob sie auch ein gutes Ergebnis haben, ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Pflanzenfasern aufbrechen und wir das Chlorophyll und die Antioxidantien gut aufnehmen können. Dazu habe ich natürlich Obst und Gemüse, wie immer. Wir lassen das Ganze jeweils 30 Sekunden laufen in zwei Etappen ohne Programme. Und dann gucken wir zum Schluss, wer hat das beste Ergebnis. Die beiden habe ich noch nie getestet. Ich bin neugierig. Omniblend kennen wir. So, Sommer in Berlin. Wir haben diesmal so einen schönen Sommer. Ja, ihr Lieben, jetzt legen wir los. Ich bin gespannt. Ich mache natürlich den Hut ab. Genießen kann ich später. Wundert euch nicht, ich habe leider den passenden Stab jetzt nicht hier. Und musste, natürlich muss man immer ganz vorsichtig sein, dass der kurz genug ist, dass er nicht da unten rankommt. Beide haben ja fast das gleiche Behältnis. Man sieht es an dem Deckel. Der Deckel ist genau gleich. Die Gummimatte ist hier gleich. Das ist alles oben gleich. Das ist nur, dass unten es irgendwie anders verarbeitet wurde mit der Tastatur. Und der Motor, weil hier wird ja gesagt, der ist rechtsdrehend. Wie schon gezeigt, querbeet Salat genommen, damit die das nicht ganz so einfach an ihre Grenzen geführt werden. Gut. Also ich finde es ganz gut gelaufen. Finde ich ganz. Finde ich ganz hübsch. Finde ich ganz hübsch. Stufenlose Regulierbarkeit finde ich auch ganz gut. Läuft finde ich auch ganz bunt. Ja, auch ganz interessant. Das Gerät hat gleich hier auch eine Zeitschaltuhr drauf. Fängt gleich mit Power an, wenn man ihn nicht anders einstellt. Das ist ganz schön, dass man das sehen kann. Klingt auch etwas anders als die anderen Motoren, fällt mir auf. Klingt schon sehr hell. Okay, weiter mit dem Obst. Ich habe alles ganz genau abgenommen. Jedes Stückchen Mango. Also... Hier die Reise nach Jerusalem mit meinen zwei Vasen. Einerseits finde ich ihn cool, dass er irgendwie so toll aussieht hier mit dem Grün und dass man das so stufenlos einstellen kann und andererseits finde ich das mit dem Anschalten hier hinten jetzt nicht so. Von oben ist das der Power Smooser. Guckt mal ganz cremig. Wow, hat sich gut. Ganz cremig. Oh, ein bisschen erwärmt. Naja, heißt also könnte man weniger laufen lassen. Sieht auch super aus. Auch ganz cremig, ne? Sieht auch super aus. Auch ganz cremig, ne? Hat sich, wie schon hier, er hat sich erwärmt. Nicht über Gebühr. Konsistenz, habe ich euch gezeigt, finde ich tatsache von allen rein optisch am cremigsten. Schmeckt sehr, sehr cremig. Wirklich alles ganz cremig. Hat sich gut aufgelöst. Das einzige, was ich hier beanstanden würde, wäre eben, dass er sich erwärmt hat. Kumomix. Schmeckt immer nass, ne? Wenn es kühler ist. Schöne Temperatur. Schmeckt tatsächlich besser, wenn es kühler ist. Schmeckt sehr lecker. Schöne Konsistenz. Ist auch gar nichts mehr enthalten. Hat sich alles auch gelöst und war ja jetzt auch, wie gesagt, eine kleine Herausforderung. Auch sehr gut. Angenehm überrascht. In unserem Produktvideo wird er auch gesagt, für Single-Haushalte, er hat einen 1,7 Liter Behälter. Und wenn man dann das auch nicht ganz so voll macht, dann macht der, glaube ich, wirklich ein gutes Ergebnis. Und man kann bei ihm, das ist auch einer der einzigen, wo man die Klingen unten rausschrauben kann. Das haben die anderen ja auch nicht. Auch nicht in unserem großen. Omni-Blend. Und andere Farbe. Die anderen sehen alle grüner aus. Wundert mich, als wenn also das schon da etwas mehr oxidiert ist. Warum auch immer. Geschmacklich finde ich den hier am besten. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, der Omni-Blend gewinnt. Omni-Blend, finde ich, ist ein robustes, solides Gerät. Hörte man auch vom Motor her, der klingt sehr rund. Und ich finde von allen Reihen ein gutes Ergebnis. Wie könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern? Mein Glas ist fast zu Ende. Mein Inhalt ist fast zu Ende. Und manchmal ist der Anfang auch das Ende und das Ende auch der Anfang. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Aussuchen eines Gerätes. Und beim Smoothie zubereiten. Oder was auch immer. Auf jeden Fall genießt, was das Zeug hält. Wow. Sommer. Schön. Tschüss. Tschüss.